Wie sensorische Überlastung zu reduzieren Menschen, die, wie autistische Menschen Schwierigkeiten bei der Verarbeitung sensorischer Information auftreten, können manchmal in einen Zustand der Reizüberflutung gehen diejenigen mit sensorischen Verarbeitungsstörung, SPD, oder hochempfindliche Personen. Überlastung tritt auf, wenn eine Person zu viel sensorische Stimulation erfährt und kann nicht damit umgehen alle, wie ein Computer zu viele Daten zu verarbeiten versucht und Überhitzung. Dies kann passieren, wenn es eine Menge los, wie zu hören Menschen sprechen, während ein Fernseher im Hintergrund plärrt, in einer Menschenmenge umgeben ist, oder sehen viele Bildschirme blinken oder blinkende Lichter. Wenn Sie oder jemand Sie wissen, Reizüberflutung zu erleben, gibt es einige Dinge, die Sie tun können, um Ihre Auswirkungen zu verringern. Teil 1 Verhindern von Überlastung Erkennen Sie den Beginn der Überlastung. Überlastung kann auf unterschiedliche Weise für verschiedene Menschen zeigen. Es mag wie eine Panikattacke aussehen, bekommen halbbar heruntergefahren, oder einen Zusammenbruch haben. Während einer entspannten Zeit, fragen Sie sich über die Anzeichen von Reizüberflutung. Was löst es? Welches Verhalten verwenden Sie, wenn Sie das Gefühl überwältigt beginnen? Wenn Sie ein Elternteil oder Hausmeister sind, können Sie auch ein Kind fragen, die Reizüberflutung über Trigger erfährt, wenn er entspannt ist. Viele autistische Menschen benutzen verschiedene Aufputschmittel oder repetitivmotorische Manierismen, wenn zu anderen Zeiten überlastet als Denken Sie an, wenn Sie einen Stimm haben, das Sie nur für die Selbstberuhigung nutzen oder Umgang mit Überlastung. Wenn Sie eine normale Funktion Fähigkeiten, wie Sprechen verlieren, ist dies oft ein Zeichen für starke Überlastung. Caretakers und Eltern können vor allem bemerken dies mit kleinen Kindern, die überlastet sind. Reduzieren Sie visuelle Stimulation Eine Person visuell Überlastung erleben müssen Sonnenbrille drinnen zu tragen, sich weigern, Blickkontakt, wenden sich von Menschen, die sprechen, die Augen bedecken, und stoßen auf Menschen oder Dinge. Um mit visueller Stimulation, die Elemente zu reduzieren, die von der Decke oder den Wänden hängen. Halten Sie kleine Gegenstände wegräumen in Körper oder Kisten, uns zu organisieren und die Behälter beschriften. Wenn Beleuchtung überwältigend, eine Lampe anstelle von Leuchtstofflampen verwenden. Sie können auch dunklere Lampen statt hellen Lampen verwenden. Verwenden Sie Verdunklungsverhänge Licht zu minimieren. Wenn Rennenbeleuchtung überwältigend sind, können Sonnenschirme mithilfreich sein. Senken Sie den Geräuschpegel Reizüberflutung der Ton möglicherweise nicht in der Lage sind sein Hintergrundgeräusche zu unterbrechen, die Konzentration beeinflussen können. Manche Geräusche können als unerträglich laut und störend empfunden werden. Um mit Lärm über Stimulations helfen, schließen Sie alle geöffneten Türen oder Fenster, die Ton im Inneren ermöglicht werden kann. Niedrigere oder Ausschalten jede Musik, die als störend empfunden werden kann, oder gehen Sie irgendwo mehr quiet.minimit zu verbale Anweisungen und oder Gespräche. Mit Ohrstöpsel, Kopfhörer und weißes Rauschen kann nützlich sein, wenn Geräusche zu überwältigend scheinen. Wenn Sie mit jemandem treten Audio als Überflutung zu kommunizieren versuchen, fragen Sie Ja oder Nein Fragen anstelle von offenen Fragen. Diese sind leichter zu reagieren, und kann mit den Daumen nach oben Daumen nach unten beantwortet werden. Lassen taktile Eingabe Taktile Überlastung, die sich an das Gefühl der Berührung bezieht, kann nicht in der Lage zu handhaben sind berührt oder umarmt werden. Viele Menschen mit sensorischen Verarbeitung Probleme sind überempfindlich zu berühren und berührt zu werden oder denken, sie sind überberührt werden können die Überlastung verschlechtern. Daktile Empfindlichkeit kann eine Empfindlichkeit gegenüber Kleidung umfassen oder zu berühren bestimmte Texturen oder Temperaturen. Erkennen Sie, welche Texturen sind ansprechend und welche nicht. Stellen Sie sicher, dass jede neue Kleidung ist sensorisch freundlich. Wenn Sie ein Hausmeister oder ein Freund sind, hören, wenn jemand sagt, tut weh tatsch und oder wegzieht. Bestätigen Sie den Schmerz und nicht weiter, die Person zu berühren. Wenn Sie mit jemandem mit Tastgefühl Interaktion immer ihn warnen, wenn Sie dabei sind, ihn zu berühren, und kommen von vorne, nie von hinten. Wenden Sie sich an einen Beschäftigungstherapeuten für mehr sensorische Integration Ideen. Reguliert Gerüche Einige Duftstoffe oder Gestänke kann überwältigend sein, und im Gegensatz zu den Augen, können Sie nicht den Mund-Nase den Sinn zu lösen. Wenn Gerüche überwältigend sind, sollten Sie unsentet-Shampoos, Reinigungsmittel und Reinigungsmittel Entfernen Sie so viele unangenehme Gerüche wie möglich aus der Umgebung. Sie könnten unsentet-Produkte kaufen, oder Sie können genießen listig bekommen und Ihre eigene unsentete Zahnpasta, Seife machen und Waschmittel. Teil 2 Umgang mit Reizüberflutung Nehmen Sie eine sensorische Pause. Sie können das Gefühl überwältigt, wenn Sie von großen Gruppen von Menschen oder viele Kinder umgeben. Manchmal sind diese Situationen unvermeidlich, wie bei einer Familiefunktion oder einer Geschäftskonferenz. Während Sie nicht in der Lage sein kann, vollständig um die Situation zu entkommen, können Sie eine Pause machen, um Sie vor einer Überlastung zu erholen. Der Versuch, es hart out wird nur noch schlimmer machen und es auch länger dauern, sich zu erholen. Eine Pause kann man Sie aus der Situation helfen aufzuladen und zu entfernen, bevor es unerträglich wird. Reagieren Sie auf Ihre Bedürfnisse früh, und Sie werden leichter zu handhaben. Wenn Sie in der Öffentlichkeit sind, betrachten Sie sich auf die Toilette entschuldigend, oder sagen, ich brauche etwas Luft und außerhalb für ein paar Minuten gehen. Wenn Sie in einem Haus sind, sehen, ob es ein Ort ist, sich hinzulegen und kurz ruhen. Sprich, ich brauche einige Zeit allein, wenn Menschen versuchen, Ihnen zu folgen, wenn sie es nicht verarbeiten kann. Finden Sie eine Balance. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Grenzen zu lernen und Grenzen setzen, aber auch, um sich nicht zu viel zu begrenzen, sodass Sie sich langweilen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Grundbedürfnisse erfüllt sind, als Schwelle für die Stimulation Dinge wie Hunger betroffen sein können, Erschöpfung, Einsamkeit und körperliche Schmerzen. Zur gleichen Zeit, stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht strecken zu dünn. Diese grundlegenden Bedürfnisse zu treffen ist für jeden wichtig, aber es kann für hochsensible Menschen oder solche mit SPD besonders wichtig sein. Betrachten wir Techniken Umgang mit Stress umgehen. Die Arbeit an Stress zu verringern und die Entwicklung hätte Möglichkeiten, um mit Stress und Reizüberflutung zu bewältigen kann die Erregung des Nervensystems helfen verringern. Yoga, Meditation und tiefes Atmen sind alle Möglichkeiten, wie Sie Stress verringern können, finden Sie Balance und sogar ein Gefühl der Sicherheit im Laufe der Zeit. Verwenden Sie die Bewältigungsmechanismen, die Ihnen am besten helfen. Sie können instinktiv wissen, was Sie brauchen, wie schaukeln oder irgendwo stillgehen. Keine Sorge, wenn es seltsam ist oder nicht, Fokus auf das, was Ihnen helfen können. Teil 3 Helping einer autistischen Person mit Überlastungskoppe Versuchen Sie, eine sinnliche Ernährung zu schaffen. Eine sensorische Diät ist eine Möglichkeit, die Person, die das Nervensystem fühlen organisiert und effizient zu helfen, sensorischen Input in eine Form, die einen Pflegenden und Routine. Eine sensorische Diät kann sensorischen Input umfassen durch Interaktionen mit anderen Menschen geschaffen, die Umwelt, die zu bestimmten Zeiten des Tages geplanten Aktivitäten und Freizeitaktivitäten, Denken Sie an eine sensorische Diät wie bei einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Sie wollen, dass die Person, die notwendigen Nährstoffe aus einer Vielzahl von Quellen zu bekommen, aber Sie wollen, dass sie nicht zu viel zu bekommen oder zu wenig von etwas, sei es, wie dieses Wachstum beeinträchtigen könnten oder einen gesunden, funktionierenden Körper. Mit einer sensorischen Ernährung, möchten Sie die Person, die eine ausgewogene Erfahrung unterschiedlicher Sinnesangänge zu haben. Also, wenn die Person durch Hörstimulation oder verstimulatet ist, können Sie verbale Richtungen zu minimieren und stattdessen mehr Duels nutzen und Zeit an Orten mit geringem Hintergrundrauschen verbringen oder ihr erlauben, Urstöpsel zu verwenden. Allerdings muss der Hörsinn noch Nahrung, sodass Sie auch die Person Zeit geben, um Ihre Lieblingsmusik zu hören. Minimieren Sie unnötige sensorischen Input durch das Bildmaterial in den Raum zu begrenzen, sodass die Verwendung von Kopfhörern oder Urstöpsel, Kleidung zu finden, die bequem ist, mit duftfreier Waschmittel und Seifen, und so weiter. Die Hoffnung auf die sensorische Diät ist, die Person zu beruhigen und möglicherweise sensorischen Input zu normalisieren, lehren die Person Impulse und Emotionen zu verwalten und die Produktivität zu steigern. Vermeiden Sie zur Aggression über Reagieren. In einigen Fällen werden überlastet Menschen körperlich oder verbal aggressiv. Als Hausmeister, ist es schwer, es nicht persönlich zu nehmen. Diese Reaktion ist mehr über Panik und nicht über Sie. Meistens körperliche Aggression tritt auf, weil sie versucht, die Person oder blockiert ihre Flucht zu berühren oder zu unterdrücken, sodass Sie in Panik geraten. Versuchen Sie niemals, eine Person oder zu kontrollieren, sein Verhalten zu greifen. Es ist selten, dass jemand, der tatsächlich überlastet ist, um einen ernsthaften Schaden zu verursachen. Das Individuum nicht wirklich, Sie zu verletzen wollen, er will nur aus der Situation zu bekommen. Achten Sie auf vestibulären Input. Eine Person mit Autismus, die sensorische Überlastung erfährt, können Wahrnehmungen des Gleichgewichts oder der Bewegung empfindlich sein. Sie können besonders anfällig für sehkrank, leicht das Gleichgewicht verlieren und haben Mühe, mit der Hand-Auge-Koordination. Wenn die Person, die durch die Bewegung überwältigt scheint oder inaktiv ist, können Sie versuchen, ihre eigenen Bewegungen zu verlangsamen oder üben langsam und vorsichtig in verschiedene Positionen bewegen. Teil 4 jemandem zu helfen, Koppe Intervenieren früh Manchmal erkennen kann eine Person nicht, dass Sie zu kämpfen haben, und können länger als Sie sollten oder versuchen, hartes aus. Dies macht nur alles noch schlimmer. Intervenieren in Ihrem Namen, sobald Sie feststellen, dass Sie gestresst sind immer, und Ihnen helfen, einige ruhige Zeit in Anspruch nehmen, sich zu beruhigen. Seien Sie barmherzig und Verständnis Ihre geliebten Menschen ist das Gefühl überwältigt und aufgeregt, und Ihrer Unterstützung kann Sie trösten und Ihnen helfen, beruhigen, beloving, einfühlsam, und als Reaktion auf Ihre Bedürfnisse. Denken Sie daran, Sie tun dies nicht mit Absicht. Als werdend nur Ihren Stressebene verschlechtern. Geben Sie einen Ausgang Der schnellste Weg, um die Überlastung zu stoppen, ist Sie oft von der Situation zu entfernen. Sehen Sie, wenn Sie sie im Freien oder zu einem ruhigeren stattfinden kann. Bitten Sie sie, Ihnen zu folgen, oder bieten Ihre Hand zu nehmen, wenn Sie handhaben können berührt zu werden. Machen Sie den Bereich mehr gastfreundlich. Senken Sie alle hellen Lichter, schalten Sie Musik und andere ermutigen, Ihre Liebsten etwas Raum zu geben. Die Person kann sagen, wenn die Menschen Sie beobachten, und kann peinlich oder schämen, wenn Sie glauben, wie Sie angestarrt werden. Stellen Sie vor dem Berühren Während Überlastung kann die Person Schwierigkeiten haben, zu verstehen, was geschieht, und wenn man Sie erschrecken, können Sie es als Angriff falsch interpretieren. Bieten Sie zuerst, und reden über das, was Sie tun, bevor Sie es tun, so dass Sie Zeit haben, zu sinken. Manchmal sind überlastet Menschen durch eine feste Umarmung oder einem Rückenreiben gelindert. Andere Zeiten, berührt zu werden macht es noch schlimmer. Bieten Sie es, und keine Sorge, wenn Sie nicht sagen, es ist nicht persönlich. Nicht einklemmen Ihnen oder in die Quere kommen. Sie können in Panik geraten und um sich schlagen, wie Sie von der Tür wegschieben, damit Sie verlassen können. Stellen Sie einfach, Ja oder Nein Fragen. Offene Fragen sind schwieriger zu verarbeiten, und wenn das Gehirn die Person ist bereits fertig zu werden kämpfen, können Sie nicht eine sinnvolle Antwort bieten können, zu. Wenn es ein Ja ist oder nicht in Frage, können Sie Ihren Kopf nicken oder den Daumen aufgeben, Daumen nach unten zu reagieren. Reagieren auf Bedürfnisse Die Person könnte einen Schluck Wasser benötigen, eine Pause, oder auf eine andere Aktivität zu bewegen. Denken Sie darüber nach, was wäre sehr hilfreich gerade jetzt, und gehen Sie es tun. Als Hausmeister, es ist einfach in Ihrer eigenen Frustration zu reagieren, aber sich daran erinnern, dass er nicht seiner Verhaltensweisen helfen kann, und er braucht Ihrer Unterstützung. Wenn Sie sehen, dass jemand einen schädlichen Bewältigungsmechanismus, alert jemand, der weiß, was zu tun ist. Der Versuch, Sie zu packen können Sie dazu führen, in Panik zu geraten und um sich schlagen, setzen Sie beide mit einem Risiko für zu verletzen. Ein Therapeut kann helfen, einen Plan entwickeln, um die schädlichen Bewältigungsmechanismus zu ersetzen. Ermutigen Selbstberuhigung, was es für Sie bedeutet. Sie könnten es nützlich finden hin und her, Kuscheln unter einer gewichteten Decke zu schaukeln, Brummen oder eine Massage von Ihnen erhalten. Es ist an Ordnung, wenn es komisch aussieht oder nicht alter angemessen ist, alles, was zählt, ist, dass es hilft, Sie zu entspannen. Wenn Sie etwas wissen, das Sie in der Regel beruhigt, bringen Sie ihnen und legen Sie es in greifbare Nähe. Wenn Sie es wollen, können Sie es packen. Tipps Für Erwachsene und Kinder können Ergotherapie helfen, sensorischen Empfindlichkeiten zu reduzieren und damit Überlastung im Laufe der Zeit verringern. Behandlungsergebnis ist stärker, wenn Junge gestartet. Als Hausmeister suchen Sie nach einem Therapeuten, der im Umgang mit sensorischen Verarbeitung Probleme erlebt.